fluttete tiefen schauen wir noch mal hier oben nicht immer weiter weißt du doch wenn es wenn es scheiße ich komme so immer ja auch wenn es gut läuft ja ich bin ja keiner der jetzt acht stunden lang spielt am tag gibt es auch noch mal ein aspekt führen totenbeschwörer wichtig dass wir uns zumindest die standard aspekte für den jungen so ich will sollte vielleicht mal ein ding sein noch einen drink warum vergesst weil diese verdammte zeit hier so in diesem spiel so schnell umgeht ja das stimmt allerdings was heißt orange so okay überwältigen so nicht immer ne ab und an naja ein bisschen hier vorne open up the door potente mark Ich liebe das. Einfach live eine Explosion für den Wind. Und das eine Mal bin ich in so eine Spinne, die ist dann gestorben. Ich schnell hin und dann ist sie nochmal explodiert dann tot. Ich will nur eine kurze Explosion hinterher bringen, die Schweine. Die wissen schon wie das geht. Bevor wir rüberklettern, machen wir erstmal hier. Okay, mehrere Elite. Der Dicke macht die aber Action. Ich hoffe die beleben mich wieder. Ja ja, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss mal nichts spazieren. Meine Minions sind schon wieder hoch holen. Dann eisen sie ihn und dann ist er down. Ich bin ein 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. musst du halt immer aufpassen insbesondere wenn so viele sind das ist so der einzige wo du dann wirklich ein bisschen aufpassen muss da sind wir halt nur nicht stark genug das sind dann halt die in den späteren bilds ist das überhaupt kein problem das ist halt jetzt noch so in dieser übergangsphase zu qualen ist es mit der schlimmste was passieren kann da ist halt vorsicht geboten ob doch knauen schon ja ja aber da wird die nicht sein gesehen aber man läuft auch aus wenn wir dann noch nicht tot sind dann ist ende im geländer das ist die zweite option die richtigen fokus zu setzen und dann passt das schon die elektro 4 ich zünde ja 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 wauw besser skandalös so ich bin einmal kurz abgebogen die sind auch nicht mal zu beruhigen die Jungs warte mal ganz kurz gucken okay wir können auch rechts rumlaufen das passt jetzt auch gut jetzt auch nice war zu viele auf einmal wieder kleine fische im großen teich macht ja nix muss ja auch nicht wo wir ach ja je mehr mhm deckarbeiter mhm wo ist es euch aber wo bist du denn hier Beruhige dich, beruhige dich Die brauchen halt alle ready, sonst ist es immer doof Hinter dir sind noch ein paar Oh, ein Schnitter, vermachter, okay Ja, bei mir auch eine verwachte Sender Vielleicht ist es ja was für dich Da würde ich, also wenn die wirklich, die brauchen ja nur ein bisschen mehr Damage haben Vermachte Sender, das kannst du schon fast instant nehmen Und die hat auf jeden Fall mehr Damage als das, was du jetzt gerade hast Nämlich so ein Crit Crit, 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 erstmal Damage Den normalen Schaden über Zeit Diese Minuten, Schaden pro Minute DPS auch genannt Das ist erstmal wichtig Dann, dann die Stats Die kommen dann Du guckst noch zu viel auf Stats als Beim Level Monsters nicht Wenn eine stärker ist, ups Wenn eine stärker ist, ne Oh Mann, der mit seiner Explosion geht mir echt auf den Pinsel Schön, schön, Gabe Dann werde ich nachher mal die Die wir mal anschauen Und zu den Legis machen Das ist ja Frosch, der neue Quack Wir müssen Da unten haben wir noch was übersehen Eine Glocke, ich glaube die ist Die ist hier unten rechts Irgendwo in der Ecke Achso, scheiße Hier ist ja nix mehr Vergessen Mal gucken Ansonsten wird er Wird er da oben sein Hier Da müssen wir hin Einmal hier rechts rum Und dann Einmal nach Wieder rechts Ja genau Und die denn Hier waren wir schon Hier ist die Glocke Ich zünde Okay Okay Da liege ich Achso, das bist du Mensch, was machst du da? Er hat Puff gemacht Oops Es ist ja Explosion Verstehst du? Perfekt Das war's Er hat kein Endpost Dann brauchst du Nur die Glocken zerstören und ja das ist eine coole sache die schwäche als meine warte das ist natürlich und hier vorne überflutet tiefen ganz im norden von skoslen man ist eine einhand wiedersehen